Glück auf, meine Kumpel und malocher Schalke-Corner hier mit dem neuesten Schalke-Update. Bevor wir rein starten, habe ich eine schöne Ankündigung für euch. Und zwar, ihr könnt einen Schalke-Poster gewinnen. Morgen gibt es bei mir auf dem Instagram-Kanal eine Verlosung, ungefähr so eins wie hier. Und zwar von Moments of Fame, meinem Kanal-Sponsor. Danke dafür. Falls ihr euch für solche Poster interessiert, erster Link in der Beschreibung. Da gibt es eine Menge Fußball-Poster. Schaut gerne mal vorbei. Ja, jetzt kommen wir zum spannenden, und zwar einem neuen Spieler, der präsentiert worden ist, der auch schon mittrainiert hat. Und auch heute auf der PK gab es einige Fragen zu ihm. Und zwar ist das Yusuf Kabadai. Neuer Spieler, den wir bekommen haben von Bayern München, 19 Jahre alt. Stammposition links außen. Und den haben wir ausgeliehen mit einer Kaufoption für eine Million. So, das hat auch die Bild-Berichte-Transfers, wie gesagt, durch. Die eine Million berichtet die Bild. Und die WhatsApp berichtet, beim Transfer von Yusuf Kabadai hatten die Verantwortlichen auch eine Kaderwertentwicklung im Kopf. Sollte Kabadai überzeugen, könnte sein Marktwert schnell ansteigen und den Klammen Schalkern Geld bescheren. So sieht es auf jeden Fall aus. Und zwar, wenn der Spieler einschlägt in der 2. Liga, eine gute Saison spielt, sodass wir ihn kaufen, dann wird der Junge definitiv mehr als diese eine Million Euro sein. Naja, also, das ist ja eigentlich ein Witz für einen 19-Jährigen. Der wird dann 20 Jahre alt sein und hat überzeugt. Dann können wir ihn ohne Risiko per eine Million holen und haben da definitiv den Kaderwert erhöht. Bei allen anderen Sachen, die ja auch passieren können, sagen wir jetzt mal, der Spieler floppt, gehen wir nicht ins Risiko rein. Wie gesagt, ist nur eine Laie. Und wenn der nicht passt, dann geht er zurück nach Bayern und wir haben spannendes Talent einfach mal ausprobiert. Also, wie man den Transfer dreht und wendet, finde ich den richtig, richtig gut. Auch einfach, dass wir da nochmal einen jüngeren Spieler dazuholen über außen. Und ist aber trotzdem ein sehr, sehr spannendes Profil, weil wir den so nicht im Kader haben. Ich habe mir den Spieler auch mal angeguckt, habe mir auch mal seine Stats und so weiter angeguckt, habe mir auch Videomaterial zum Spieler angeguckt. Ich habe den ab und zu mal gesehen, weil ich häufig auch so bei Bayern unterwegs war in der 2. Mannschaft. Beispielsweise Eyüp Aydin war ja auch ein Kandidat, der zu uns hätte wechseln können. Da gibt es einige interessante junge Spieler bei denen. Oder auch hier solche Spieler wie Ibrahimovic. Ist ja auch sehr, sehr interessant. Hat bei denen auch schon den ersten Startelf-Einsatz bekommen. Von daher habe ich mich da schon häufiger mal befasst mit der 2. Vertretung. Kann dazu etwas sagen zu dem Spieler. War mir jetzt nicht gänzlich unbekannt, sage ich jetzt mal so. Ich habe mir den Spielerprofi schon mal angeguckt. Und ja, wie würde ich ihn beschreiben? Ich würde ihn beschreiben als Dribbler, der aber einen Zug zum Tor hat. Ich würde ihn so als eine Mischung beschreiben zwischen Bülter und einem Chulinov. Die haben, kennt ihr ja beide, haben ja beide zuletzt noch bei Schalke gespielt. Also dieses Dribbeln von einem Chulinov und diesem Zug zum Tor von einem Bülter. Und gerade über linksaußen haben wir das halt nicht. Wir hatten da ja im letzten Spiel Moore in der Startelf. Und bei Moore ist diese Zielstrebigkeit nach einem Abschluss suchend überhaupt nicht da. Der Spieler ist ja eher jemand, der permanent flankt. Wenn er in eine Flankenposition kommt, spielt er den Ball in die Mitte. Und auch jemand, der eher nicht ins Dribbling geht oder wenn er ins Dribbling geht, meistens den Ball verliert. Der ist kein Spieler, der 1-zu-1-Situation gut auflöst. In der Bundesliga nicht. Und auch gegen den HSV konnte er das nicht zeigen. Da ist mir das völlig abgegangen, dass da die Dribblings gewonnen werden über links. Und da hat der Moore auf jeden Fall nicht überzeugt in der Hinsicht bisher auf Schalke. Und deswegen ist dieses Spielerprofil da sehr, sehr interessant. Also der gibt sehr, sehr viele Torabschlüsse ab. Der Spieler dribbelt sehr, sehr gerne. Er dribbelt auch sehr, sehr gerne im Strafraum. Er ist ein Spieler, der häufig Ballkontakte im Strafraum auch hat. So, ich habe hier auch ein paar Infos von Global Soccer Network. Das ist, glaube ich, so eine Scouting-Agentur. Hat Dirk Rostesch-Lahmann auf Twitter geteilt. Laut denen soll der eine aggressive Spielweise haben. Gute Technik, saubere Ballverarbeitung. Gut im offensiven 1 gegen 1. Kreativ mit gutem Antritt und Endgeschwindigkeit. Hauptballspiel ausbaufähig. Passspiel durchschnittlich. Entscheidungsfindung nicht immer optimal. Wirkt nicht durchgehend konzentriert. Muss taktisch dazulernen. Dazu fehlt im Zweikampf etwas Stabilität. Und ich habe mir auch noch dazu aufgeschrieben, er ist unsauber. Vor allem merkt man das bei den Videos, die man sich anguckt. Also auch da, saubere Ballverarbeitung, weiß ich nicht. Haben die so gesehen. Zumindest von dem Material, was ich gesehen habe. Nicht immer. Und die haben es geschrieben mit, es fehlt im Zweikampf etwas Stabilität. Ich habe das mal als schlechte Balance für mich so interpretiert. Und zwar ist das jemand, klar auch bei Zweikämpfen, wenn er mal einen Körpereinsatz vom Gegner bekommt, dann fängt er an zu wackeln. Aber auch ansonsten, wenn er mal dribbelt, deswegen finde ich das auch unsauber teilweise, sieht das manchmal nicht so flüssig aus, wenn ein Gegenspieler mit dabei ist. Wenn er alleine dribbelt, dann klebt er eben den Ball auch schon eher am Fuß. Aber wenn da der Gegenspieler mit dabei ist, da ist dann diese gute Technik, die er da mitbringt, auch nicht immer so 100% da. Weil sobald jemand den stört, kann er das nicht mehr so 100% zeigen. Dann ist es häufig so, dass dann auch der Ball mal verspringt oder er Probleme hat, den Ball mitzunehmen. Oder es halt sehr, sehr wie so Slapstick aussieht. Manchmal kommt er trotzdem vorbei am Gegenspieler. Ja, dennoch finde ich einen super Transfer, weil wir haben null Risiko. Wenn er einschlägt, haben wir definitiv eine Kaderwertentwicklung. Und wenn er so okay spielt, können wir selber entscheiden, kaufen wir den oder nicht. Und wenn er schlecht spielt, geht er zurück nach Bayern. Also, gar kein Risiko, null Risiko. Und potenziell haben wir da einen guten Spieler, ein gutes Talent, was sich noch entwickeln kann. Reis ist jemand, der gut Spieler entwickelt. Von daher passt das. Dann das Spielerprofil, was wir so nicht im Kader haben, gefällt mir sehr. Also, der bringt viele Sachen mit, die wenig Spieler haben über Außen. Gerade ein Moor fällt da voll ab. Ein Lasme ist vielleicht nicht so technisch so stark. Der bringt vielleicht nochmal mehr Tempo mit. Er hat auch vielleicht ähnlichen Abschluss, wobei bei ihm ist das halt alles so wenig konstant beim Lasme. Und Kozuki ist auch ein torgefährlicher Außenspieler. Da trifft es schon am ehesten zu. Aber Kozuki ist nicht körperlich so stark und so wie so ein Kabadai, finde ich. Kabadai ist schon ein größerer Spieler. Ja, sehe ich da nochmal wuchtiger. Wuchtiger ist vielleicht der beste Begriff. Ist ja auch ein Begriff, was viele Schalker kennen. Der kann sich da eigentlich mit dem Körper auch gut durchsetzen. Muss das vielleicht auch lernen, da stabiler zu bleiben. Da vielleicht noch arbeiten. Aber so grundsätzlich das, was er mitbringt, ist voll da. Und ein sehr spannender Spieler. Ich freue mich drauf. Er hat jetzt auch mittrainiert. Erste Einheit hat er mitgemacht. Könnte sogar eine Alternative sein für Kaiserslautern. Und da müssen wir mal abwarten, ob der im Kader mit dabei sein wird. Ich kann mir vorstellen, falls ja, dass er auch einen Einsatz kriegt, so in der Schlussphase, dass man sich den dann einfach mal angucken kann. Was auch noch eine nette Information ist, Global Soccer hat ihn als Zweitligaspieler bewertet von seinen Fähigkeiten und mittelfristig als guten Bundesligaspieler. Also für die Bedenken von den Leuten, die jetzt sagen, okay, der kommt aus der Regionalliga. Bundesliga kann das nicht schwierig sein. Hat auch Reis gesagt, dass ein Kozuki ebenfalls aus der Regionalliga kommt. und da man das beste Beispiel in den eigenen Reihen hat. Da muss man mal gucken. Wie gesagt, ist ein spannender Spieler, hat Potenzial, muss man abwarten, wie der einschlägt. Und dann sehen wir weiter. Kommen wir zum nächsten Spieler. Und zwar hat die Bild da, ups, Handy klingelt. Und zwar hat die Bild berichtet, Tim Skark ist weiterhin ein Thema auf Schalke. Werden wir uns mal angucken. Wer dann natürlich der nächste Offensivspieler. Offensivspieler kann mir vorstellen, dass wenn jetzt der Kabadai oder auch der Lasma einem Moor vorgezogen wird, man auch einem Moor klar vermittelt, du hast jetzt deine Chance gehabt, konntest dich nicht durchsetzen. Plus die anderen Spieler sind vor dir, vielleicht sogar ein Kozuki. Dass man dann sagt, oder dass der Moor dann sagt, okay, ich wollte mich hier durchsetzen. Das war ja auch sein Plan. Aber dann, wenn ich hier gar nicht spiele, dann will ich wechseln. Und er hatte ja auch scheinbar Anfragen aus der Bundesliga von Heidenheim. Hieß es ja vor ein paar Wochen noch. Dass man dann vielleicht den Moor abgibt und das dann gegen Ende der Transferperiode. Nochmal so ein Spieler wie Skarke oder wir kommen gleich zu noch einem weiteren Spieler, der hier genannt wird, dann nochmal interessant werden. So, dann haben wir eine Meldung zu Odraogo, unserem Top-Talent. Und zwar berichtet da die Bild. Auch gegen Kaiserslautern wird Assan Odraogo in der Startelf stehen. Im Pokal gegen Eintracht Braunschweig bekommt er dann seine Verschnaufspause. Lino Tempelmann soll mit Odraogo auf der Doppelacht spielen. Dominik Drexler rückt dann auf den rechten Flügel und Kenan Karaman auf links. Das ist natürlich auch nochmal eine Alternative, die wir hier so nicht berücksichtigt haben. Und Drexler kann ja auch noch auf dem Flügel spielen. Das kommt ja noch dazu. Und man wird mal sehen, jetzt wo auch dann die Neuzugänge schon eine Woche mittrainiert haben, wie Baumgartel, Tempelmann, Seguin sind jetzt auch nochmal eine Woche im Training und könnten dann auch wahrscheinlich 90 Minuten mal gehen, wie sich das dann alles dann entwickelt und wie die Startelf dann aussehen wird. Dann haben wir eine Information und zwar zu Goretzka. Jetzt fragt ihr euch, Goretzka, das ist ja gar kein Spieler mehr von uns. Das stimmt. Aber es bahnt sich wohl ein Transfer zu Manchester United an. Da sind lose Gerüchte auf jeden Fall aufgekommen. Und der Spieler hat einen Marktwert von 45 Millionen. Bei einem Transfer von 40 Millionen würde Schalke eine Million Euro bekommen. Und das ist natürlich auch eine interessante Sache, weil das nochmal Budget für weitere Spielerneuzugänge für uns freisetzt. Auch bei niedrigeren Summen würde Schalke da mitverdienen. Von daher gleiches wie bei McKennie, wo auch ein Transfer möglich ist, würde es uns schon gut tun, wenn diese Spieler für viel Geld wegwechseln. Wir behalten auf jeden Fall die Situation um Goretzka oder auch um so Spieler wie McKennie weiter im Auge. Dann zweiter Spieler. Wir hatten ja eben Skarke gehabt und es geht jetzt um Darko Chulinov. Und zwar hat da die Watt geschrieben, Darko Chulinov hat sich nach seiner Krankheit zurückgekämpft und ist inzwischen fast wieder vollständig fit. In zwei Wochen stehen Gespräche zwischen Chulinov und den Burnley-Verantwortlichen an. Danach dürfte sich abzeichnen, welche Richtung es für Chulinov geht. Ob Chulinov zu Schalke wechselt, ist allerdings zweifelhaft. Akuter Handlungsbedarf für die Flügelposition besteht seit der Verpflichtung von Brian Lassman nicht mehr. Erstmal da kam ja jetzt gerade der neue Spieler. Die Meldung kam auch gestern von der Watt nach meinem Schalke-Update raus. Von daher gab es ja dann scheinbar doch den Flügelspieler. Und daher kann ich mir auch denken, auch einen Chulinov ähnlich wie einen Skarke werden wir wahrscheinlich weiter beobachten. Vielleicht haben wir die Gespräche jetzt erstmal so ein bisschen abgeblockt, schauen jetzt wahrscheinlich eher nochmal Richtung Verteidigung da aufzurüsten und behalten den aber im Hinterkopf genauso wie einen Skarke. Wenn die zwei verfügbar sind, kann ich mir vorstellen, dass man da nochmal eine Laie gegen Ende der Transferphase probiert. Dann auch gestern Abend die Meldung ist Dina Röhl-Hammers und Peter Knebel. Die zwei übernehmen jetzt Schalke 04. Als Vorstand hatten sie ja auch beim Aufstiegsjahr gemacht, 2021. Sie haben jetzt im Prinzip die Gesamtverantwortung, nachdem ja der Schröder beurlaubt worden ist. Und im Prinzip führen die zwei jetzt in einem Doppel-Vorstands-Duo den Verein. Und dann auch nochmal eine kleine erfreuliche Meldung. Und zwar haben wir einen neuen Sponsor. Die Wirtschaftskanzlei Spellbrink und Kollegen steigt als neuer Sponsor ein. Und der Vertrag gilt bis 2025. Vor allen Dingen nach diesen ganzen Sponsoren, die abgesprungen sind, plus dann dieses Debakel um den Hauptsponsor. Mal eine schöne Meldung, dass wir weiteren Sponsor da gewinnen konnten. Und ja, dann sind wir auch zum Ende des Schalke-Updates angekommen. Folgt gerne rein, wenn ihr Infos zu Schalke haben wollt. Und schaut gerne auch mal in die Beschreibung rein, da sind alle Kanäle verlinkt. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.